Darf ich vielleicht auch noch mal? Ich bin der DSR. Ach komm. Wie ich es gewusst habe. Ich hab Trudus gehört. Die Fresse. Nein, das ist das Schloss aus der Truhe. Achso. Ich bin übrigens, Matze, bleib mal kurz hier. Was? Hier, dieses Poster an der Wand, das ist auch ein Schritt für das Easter Egg. Tschuck. Sieh mal einer an, da hat wohl jemand Geheimnisse. Wollt ihr das nur mal erwähnt haben. In der nächsten Runde können wir dann da weitermachen. Hör mal auf, Mann! Ich bin übrigens immer noch unten bei der Gondle. Äh, ja, du kannst dir den Skull schon holen. Ja, nee, wir gehen da jetzt nicht alleine. Du weißt, was passiert, wenn wir beide alleine gehen. Da wird das nichts. Oh. Ich geh doch alleine. Ich hab ihn nicht umgebracht. Ich auch nicht. Alter, hör mal auf! Ja, jetzt hab ich ihn, glaub ich. Ich weiß es nicht. Hast du ihn sicher von gesehen? Nein! Nein, das kam ja unter mir zurück, das Tormahawk. Dann hast du ihn nicht. Warum? Es wird sofort wieder zurückkommen. Es ist explodiert. Nein, nicht Max Ammo. Ja, tut mir leid. Es war jetzt zu spät. Das ist gurscht. Also am Ende der Runde bitte wieder einen Zombie übrig lassen. Und darauf aufpassen, dass der nicht stirbt. Wo gehen wir hin zum Campen? Ich bin in der Cafeteria. Ich bin auf dem Dach. Ich brauch Beschlufft. Ich brauch Beschlufft. Oh, und ich hab Brudus. Also ich höre ihn. Er ist wahrscheinlich Hitler. Ja! Der Arsch ist bei mir. Wo bist du? Auf dem Dach. Dann komm ich runter in die Cafeteria. Hallo, Freunde! Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Bist du schon da, Fabi? Äh, ne. Bin gerade an dem Badewanen vorbei. Jetzt komm ich. So, und dann einmal raus hier. Raus, 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 raus. Zack! So, eure Falle. Hab ich auch mal gesagt zu haben. Ja. Vielleicht kommt Brutus sogar. Effektiv. Nein! Die ist ganz schön kurz an. Ja, normalerweise ist die länger. Aber ich glaube, Brutus kann die, äh... Interessant. Brutus kann die zerstören. Oder ausschalten. Wie auch immer. Nein! 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 Nein, ihr Hässlichen! Ja, ja. Was ist? Ah, Gott, haben sie mich down gepuncht. Oder Brutus besser gesagt. Na, ich würde ja sagen, Brutus, der in dir gespawnt ist. Ja! Der Hässliche! Jetzt hab ich meine Perks verloren. Das bei Rapid Sail. Ah, nein! Nein! Bring mit dir mitlaufen. Ich weiß nicht genau, was ich damit tue. Okay, äh... Was hat mich da jetzt zusammengehauen? Brutus wahrscheinlich. So, eure Fall ist an. Alter! Ja! Danke! Was? Ja, sie war schon länger an. Ähm, ja. Ich hab nur gesehen, dass du losgelaufen bist. Ja, da war sie, da war sie aber noch nicht an. Ich wollte nicht gar nicht mehr laufen. Klairsich. So, Rondololo. Kaum hat man kein Jucker noch mehr, ich sag es euch. Ja, so schlimm. Ich bin auch gerade albern verreckt. So, ich will die Karte Kiste finden. Wurscht, Kiste interessiert keinen. Jetzt geht's bloß drum, äh, noch fett alles andere zu finden, ne? Bam! Bam! Los, Fabi, lauf! So, also, dann biete ich mich mal als, äh, Inselführer an und ein kleiner Rundgang um die Map Alcatraz, weil ich meine Perks wieder haben will und ich hab die Kiste gefunden. So, Double Tap. Was war das? Schmeckt zum Kotzen. Schmeckt zum Kotzen, okay. Ja, ist halt nicht jedem sein. Ich würde gerne mal Double Tap trinken. Gibt's? Ich weiß. Oh fuck, oh, du heilige Scheiß. Bis du. Wuhuhu. Cafeteria. Und war fast am Anus. Ja, ich komm rein. Ja, ich bin mal bei Juggernaut. Ah, ne PDB, Alter, ihr wollt mich. Juggernaut. Einmal, wenn's in Ordnung wäre, dass man Noob-Waffen benutzt. Sind die Noob-Waffen gar nicht so noobig. Ja. Lächerlich. Komm schon. Nein, keine LSAT. Ich will ne DSR. Was, ne LSAT ist cool. Hab dich nicht so. Ne DSR ist viel cooler. Äh, nö. Doch. Nö. Weil du dann wieder auf deine Blundergards witscht und dann, dann nö. Äh, die ich nicht habe. Genau deswegen. Du siehst das. Du siehst dein Problem. Ah, keine AK. Das ist der letzte Zombie, oder? Ja, das ist der letzte Zombie, bitte leben lassen. So, was, was, was sollte ich mir jetzt noch nehmen? Hihihihi. Jetzt hat er sie. Was hat er? Damals so ne DSR, wenn er schon so lacht. Nein, ich hab nur ne Zombie-Gespaß voll. Was war wegen dem Fump? Komm schon! Zum allererste Mal in dem Run zieh ich das Kack-Schloss raus und jetzt jedes Mal wieder. Ich hab's auch noch nie gezogen. Ich hab's einmal bisher gezogen. Dreimal. Hoffentlich Spons bei mir. So, dann geh ich wenigstens und hol mir schnell Jugga. Und bei meinem Glück ist die Kiste dann auch schön. Willst du nicht deinen Crawler befinden? Kann irgendjemand auf den Crawler auffassen, weil wenn ich zu weit weg ist, stirbt... Wir haben noch nen Zombie. Langsam. Wir haben noch nen Zombie? Jetzt nicht mehr. Alter! Doch, immer noch. Egal. Passt auf den Crawler auf. Ich bin weg. Hör auf, Abhi! Hahaha. Kann ich den Fuß wegschießen? Nein! Bobby ist bitte nicht aus. Ich will noch leben. Ihr wisst schon, dass das relativ, äh, einen relativ arm macht, wenn man hier wirklich alles, äh, wieder aufkauft, was er zerstört hat. Hahaha. Ich bin relativ arm. Hahaha. Ich bin relativ reich. Die Errungenschaft war's mir wert. Alter, da wurde die fucking Kiste gespawnt. Äh, Fabi, das hat grad ausgeschaut, das hättest du einfach nen Tisch hinten drauf gebunden. Hahaha. Fuck, ein Schild. Wer braucht ein Zombie-Schild? Ich war bei Ikea. Tisch. Tisch tut's genauso gut. Gute Qualität. Made in China, wurscht. Hauptsache billig. Nein, jetzt lauf doch nicht. Hey! Also wie schreit der, man wie so ne Frau, wenn er sich hechtet. Der Weasel. Der Weasel. Der Weasel. Das war halt schlecht. Du schreist so wie ein, äh, wie ein Zombie. So. Was sag ich denn? Alter, warum habt ihr den umgebracht? Ich hab ihn nicht umgebracht. Den hat niemand umgebracht, der ist von selbst gestorben und ich hab davor gewarnt. Naja, wir haben von dem letzten Laufen gesammelt. Fast von selbst. Ich hoffe, du hättest mir schon gedacht, dass der Fabi da seine Hände im Spiel hatte. Ich dachte ihn auch. Ich wollte den eigentlich nur ein bisschen wegchecken mit dem Schild, aber das ist halt immer noch wirklich. Kannst du ihn nicht mit dem Schild wegchecken? Doch, das muss gehen. Irgendwann überlebt der das schon. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Der stirbt immer. Egal. Das war lustig. Natürlich ist das lustig. Deswegen machen wir das ja auch mit dem Schild. Hilfe. Ah! Ah! Na toll! Ihr seid doch witzvoll. Schau wir mal. Was gibt die Kiste denn her? Ach komm! Ich schieße den letzten Zombie vor der Kiste weg und du. Klaus für die Kiste. Nämlich. Das war echt toll. Ah, the fuck. Dann beschütze mich. Wo ist die fucking Kiste der Mann? Nein! Überall gerade. War arstummig. Hat da andere einen Todbringer, hey. Das ist das erste Mal, dass ich den raussehe. Weißt du, wie oft da Andi den hatte? Weißt du, ob ich den schon hatte? Na, gleicher Name. Ironie. Ironie an. Das ist saukur, die einfach mit dem Schild rauszukloppen. Wow! Okay. Äh, wenn sie noch draußen stehen. Ist die Kiste zufällig beim Flugzeug? Ja. Ich hab keine Punkte. Na ja, vorher hatte fast nichts gekostet. Oh, jetzt ist es kaputt. Ah ja, hier oben. Ja, ey, ich bin grad dran, aber egal. Nein, ich brauch ja auch nichts. Insta. Cool, Insta mit dem Schild. Ist ja fast sinnlos. Das denken sich später, wenn man mein Lieblings-S-Werkzeug hat. Sicherlich auch. Raygan am Start. So muss das, meine Freunde. So muss das. Ja, ich freu mich über meine Elsat. Und meine Barrette. Ich hab ne abgegrailte Elsat und ne abgegrailte Barrette. Das wird schon reichen. Ab jetzt fix. Wer hat den letzten Tank eigentlich? Ah, ich. Spieler 1, siehst du doch. Kannst du mal überlegen, wer das ist. Ah, Leute, 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 Leute. Was denn? Irgend so ein hässlicher Schmonk. Ah, nicht blocken, nicht blocken, nicht blocken! Ah! So willst du nicht blocken und dann blockst du. Also ich warte am Flugzeug auf euch. Ich hab noch erstens nicht mal alle Perks. Zweitens. Ja, mir fehlt auch noch einer. Welcher fehlt mir eigentlich? Halt. Ach, ja. Ach, da muss ich ja sowieso hoch. Elektro Kirsch oder Deadshot Daikiri? Deadshot. Ich find Deadshot voll für den Arsch. Nee, nee, nee. Ist es auf PC eigentlich auch? Eigentlich nicht. Alter, Brutus ist gespawnt. Also ich mein... Ah, ja. Ah, in mir, oder? Nee, oder? Auf den Kopf. Nein, nein, er ist kaputt, er ist kaputt. Dank dem Taumauhawk ist er kaputt. Nein, dank Instakill. Dank dem Instakill. Dank dem Instakill. Ja, und meinem Taumauhawk. Ich hab ihm das im Instakill ins Gesicht. DSR. 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 Nicht schon wieder! Ist verkackt das Schloss! Mann! Komm schon. Bullshit. So, bitte einen Zombie leben lassen. Aufpassen drauf. Ah. Alter. Ist die Kiste schon respawnt? Weiß man das? Hast du jetzt eigentlich schon dein lustiges Easter Egg gemacht? Nein, ich will die DSR. Oh, du gehst mir echt auf die Nerven. Gut, ich mach hier schon. Äh, nimm die da weg! Nimm die weg, die Claymore! Eigentlich schade, dass ich's schon kenne. Der Crawler geht schon nicht durch. Wir haben den letzten. Zumindest von Anfang. Eigentlich wirklich schade, dass ich's schon kenne. Aber Leute, hier hinten ist der letzte Afterlife Skull. Genau hier. Wo? Tja. Und ich hoffe, ihr seid geschockt. Genau hier auf dem Eck. Da fuck, wieso hab ich den nicht? Genau hier drauf liegt er. Hol den mal. Ich hab's gefunden, Jungs! Ja, Mann. Jetzt mach was du machen willst. So, und du hast denn auf dem Lappenpfosten nichts? Sonst hätten wir jetzt in der Lache gehört. Ja, das dachte ich mir. Ähm, aber mach was du machen wolltest. Oder ich lauf mit dir mit und dann fahren wir zu zweit. Wartet. Oh fuck, ist der Crawler! Tja, du und eine Claymores. Nimm sie jetzt wieder auf. Warte mal! Wir haben noch einen. Der Crawler ist doch... Hä? Ja, ich will ja. Der Crawler ist beim Fabi. Hat sich zum Fabi teleportiert. Mhm. Ein Crawler kann sich nicht teleportieren. Ist bei aller Liebe. Oben ist aber keiner. Ja, geh doch mal runter und dann wirst du schon sehen, warum das noch funktioniert. Was? Die Claymores sind tot. Verbindung zu Black Ops 2 Server getrennt. The fuck. Kannst du nachjoin? Ja, keiner. Anna. Dann hab ich aber nichts mehr, oder? Richtig. Wir... Nein! Einfach kurz offline gegangen. Langkabel. Ja, das... Langkabel. Deswegen geht ihr damit um. Hallo! Skype und so! Ja! Ja, vielleicht hat er kurz nichts gesagt. Nein, nein, doch. Ich hatte noch überall Verbindungen. Skype hat nicht mehr diesen... Wartest du unten auf mich an der Gondel? Äh, ja, ich hab ihm noch kurz Speedcaller gekauft. Ganz ruhig. Ah, ich hab Speedcaller. Ich hatte... Hallo, ich freu. Du hast mir Geld. Ja, das hattest du. Das hatte er. Das hatte er. Das hatte er. Warum geht die Elektrokirche eigentlich manchmal nicht? Weil du das Nachladen abgebrochen hast und dann nochmal nachladen willst. Das wäre Cheat und dass du zweimal bei derselben Munitionsstatt nachlässt. Nee, wenn ich schieße... Jetzt geht's. Äh... Ich bin oben an der Gondel. Ich bin unten an der Gondel. Okay, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Steig ein, steig ein, steig ein. Steig ein, ich hol dich hoch. Das ist kostenlos. Verbindung zum Online-Dienst. Gut. So, dann wirf. Und sei dein Geld. Hast du nicht so ein Problem mal? Hast du geworfen? Nein. Wieso hast du dich geworfen? Ich hab auf dich gewartet. Ich hab doch gesagt, wirf und zeig deine Skills. Nein, ich will mit dir. Komm. Komm. Ich will, ich will, dass wir das beide machen. Okay. Ich will, dass einer von uns das, äh, jetzt schafft. Da oben sitzt der da oben. Ich will dies, ich will das jetzt austragen, ja? So. Du weißt ja. Seid du mit dir. Ich hab nun endlich Schild. Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Völlig daneben, aber eher, aber dermaßen. So. Dann. Also haben wir Welten gefehlt. Oh Gott. Tut mir leid, ich muss jetzt gerade ein wenig weinen. Hey Fabi, null Kills, du hast dich gut gehalten. Fabi nicht schlecht, 500 Punkte schon. Hey Fabi ist der Einzige, der noch nicht down gegangen ist. Also mal ganz zurück, ja? Darf ich nicht töten? Darf ich nicht töten? Nein! Nein! Ich bin Pazifist. Da magst du mit den meisten K.O.s, das sieht man auch nicht oft. Äh, allerdings. Aber das meiste... Ich bin nicht einmal richtig down gegangen, ja? Nur im Mains Afterlife, das ist was anderes. Doch, du bist der Wacker Hacking. Nein, ich musste doch nicht einmal von euch revived werden. Ja, aber... Ja. Ja. Naja, nur revived Tricks. Achso. Äh, kommt doch mal alle bitte ins Wardens Office. Oh Gott. Was ist da schon wieder? Oh Gott. Etwas ganz, ganz tolles. Und alle, die noch nicht reingehen, draußen warten, bis alle da sind. Warum muss ich draußen? Weil jeder draußen wartet. Du auch nicht. Ja, ich, 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 ich warte auch draußen, richtig.